Wurde Deutschlands Sicherheit wirklich am Hindukusch verteidigt? Nö. Willst du nicht das zweite Thema noch erläutern? Du hast recht, du hast recht. Nö. Wir führen keinen Krieg. I'm not convinced. This is my problem. Darüber lässt es sich strefflich auch politisch streiten. Und plötzlich sind wir in Afrika. Willkommen bei Sicherheitshalber, dem deutschsprachigen Podcast zur Sicherheitspolitik. Am Mikrofon wie immer Thomas Wiegold von Augen geradeaus. Ulrike Franke vom European Council on Foreign Relations. Frank Sauer von der Universität der Bundeswehr in München. Und Carlo Masala ebenfalls von der Universität der Bundeswehr in München. Wir zeichnen diese Folge auf am 7. Mai 2021. Und zunächst wollen wir, das Thema drängt sich ja auf, mal über Afghanistan reden. Der Abzug läuft, der Abzug der USA, der Abzug der internationalen Truppen, der Abzug der Bundeswehr nach rund 20 Jahren Einsatz am Hindukusch. Erst haben wir überlegt, ob wir sagen, wir ziehen eine Bilanz. Und eigentlich ist es noch zu früh, eine Bilanz zu ziehen. Es kann ja auch noch einiges passieren, bis dieser Abzug vollzogen ist. Die Frage ist auch, wie geht es weiter? Was wir im Moment wissen, alle internationalen Truppen gehen raus, verstärken sich. Die Taliban machen immer mehr Geländegewinne. In Afghanistan hüten sich aber bislang davor, die internationalen Truppen anzugreifen. Ja, und so steht man da und sagt, okay, nach 20 Jahren ist aber auch gut. War der Einsatz erfolgreich oder, so muss man wahrscheinlich in Deutschland fragen, wurde Deutschlands Sicherheit wirklich am Hindukusch verteidigt? Und zweitens, weil es thematisch auch dazu passt, fragen wir uns, in welchen Konstellationen und unter welchen Bedingungen Deutschland künftig Streitkräfte in solche internationalen Missionen entsenden könnte. Oder eben auch nicht, weil das Grundgesetz hier Grenzen setzt. Afghanistan. Ja, was wir wissen ist, die USA gehen raus, die internationalen Truppen gehen raus und natürlich auch die Bundeswehr geht raus. Eigentlich fix offiziell ist nur der Endpunkt der 11. September, der Jahrestag von 9-11, nicht ohne Grund von den USA als endgültiges, letztmögliches Abzugsdatum genannt, weil es halt so symbolisch ist. Inzwischen zeichnet sich aber ab, es könnte ein anderes symbolisches Datum den Endpunkt markieren, der 4. Juli, der amerikanische Unabhängigkeitstag. Auf jeden Fall läuft seit dieser Woche, seit dem 1. Mai offiziell beschleunigt, alles muss raus, alle müssen raus. Und damit wird es Zeit für ein paar Fragen. Zum Beispiel die Frage, die sich natürlich als allererste stellt, ja, war das denn erfolgreich? Oder, wie man aus deutscher Sicht sagen müsste, wurde Deutschlands Sicherheit am Indokusch verteidigt? Ich schmeiße mal einfach in die Debatte rein. Ja, Deutschlands Sicherheit wurde bis ungefähr 2004 am Indokusch verteidigt. Danach nicht mehr. Also, was ich damit sagen will, ist sozusagen, solange die Phase lief, die Taliban von der Macht zu entfernen und Al-Qaida zu zerstören, die Basen von Al-Qaida dort zu zerstören, kann man durchaus argumentieren, dass Deutschlands Sicherheit auch am Indokusch verteidigt wurde, weil von diesen Basen halt in Ruhe Operationen geplant werden konnten. So, in dem Moment, in dem der internationale Terrorismus in Afghanistan nicht mehr das Hauptproblem war, sondern nur noch der interne Kampf der Taliban gegen den Rest, hatte das mit Deutschlands Sicherheit relativ wenig zu tun. Also von daher, ja, ein Teil der Operation diente der Verteidigung der deutschen Sicherheit am Indokusch, aber das ist schon ganz, ganz lange vorbei. 2004 war da einfach nur so reingeworfen, kein fixes Datum, nur um zu unterscheiden zwischen dem Kampf gegen den Terrorismus und dem Wiederaufbau von Afghanistan. Das ist ganz witzig, weil eigentlich 2004 erst die richtige Ausweitung der internationalen Truppen auf ganz Afghanistan begonnen hat. Also du sagst jetzt im Grunde genommen, der richtige Einsatz fing erst an, als er eigentlich schon unsinnig war. Was ich sage, ist sozusagen, dass das grundlegende Problem von Afghanistan und der ganzen Mission war, eine überhöhte politische Zielsetzung, die man mit dem Mittelansatz, den man in Afghanistan betrieben hat, nie hätte erreichen können. Da fing sozusagen das grundlegende Problem dieses Einsatzes an. Und durch die Ausweitung, obwohl der Mittelansatz zu niedrig war, haben wir natürlich auch das Problem erzeugt, dass wir in diesem ganzen Land als Besatzer empfunden wurden und gegen Besatzer richtet sich halt nun mal der Widerstand. Also man könnte ja dieses Argument noch weiter aufhalten und sagen, warum blieb man da eben, und das wurde auch so argumentiert, eben um zu verhindern, als nach diesem initialen Vorgehen gegen die Drahtzieher hinter den Anschlägen vom 11. September, man vorbeugen wollte, dass Afghanistan wieder so Heimstatt wird von Terroristen. Nur das Problem, also man muss auch mal vielleicht dazu sagen, wir haben es jetzt leicht, wir machen jetzt eine Rückschau. Aber im Prinzip sind diese Diskussionen ja vielleicht auch in Zukunft ähnliche Fehler zu vermeiden. Ja, also wir wollen uns hier nicht aufschwingen als sozusagen die, die es schon immer besser gewusst haben. Aber ich denke, es ist einiges schief gelaufen und es ist sinnvoll, das auszudeuten. Und um auf den Punkt zurückzukommen, damals schon war das Argument nicht überzeugend zu sagen, wir müssen jetzt in Afghanistan sein, um da weiterhin internationalem Terrorismus vorzubeugen. Weil schon damals hätte man locker zwei, drei andere Länder nennen können, wo sich diese Strukturen schon hinverlagert hatten und von da aus wurden dann eben Dinge geplant. Und insofern hat Carlo insofern recht, als dass der Mittelansatz zu klein war, was aber unter anderem eben auch daran liegt, dass ein angemessener Mitteleinsatz schlichtweg illusorisch ist. Nicht zu machen. Mitteleinsatz wollen wir mal übersetzen, massiv Soldaten reinwerfen. Ja, ich spitze jetzt mal sehr zu und würde sagen, wenn wir dann dieses Argument, wir wollen dem vorbeugen, überall, wo sich Leute verstecken und irgendwie sinistre Pläne hacken, wenn man dem wirklich Glauben schenken würde oder wenn man es wirklich in die Tat umsetzen wollte, müssten wir wahrscheinlich mit Hunderttausenden von Soldatinnen und Soldaten in sechs Länder mindestens irgendwie einmarschieren und die besetzen und so. Und das ist natürlich nicht machbar, völkerrechtswidrig, unsinnig und so weiter. Aber wenn wir der Argumentation folgen und sagen, das ist Unsinn, beziehungsweise das ist nicht machbar, dann verstehe ich nicht genau, warum dann der Einsatz von 2001 bis 2004, wie gesagt, dieses Datum ist jetzt so ein bisschen, also es ist kein spezifisches Datum, warum der dann Sinn gemacht hat. Weil es geht ja immer darum zu sagen, wir wollen keinen, ja, den sogenannten sicheren Hafen für terroristische Aktivitäten, die uns gefährlich werden können. Wenn das Sinn gemacht hat nach 2001, warum macht das dann keinen Sinn mehr nach 2004 oder nach 2020? Also wann ist man quasi sicher zu sagen, naja, das ist jetzt kein sicherer Hafen mehr, beziehungsweise wenn man sagt, man kann das gar nicht leisten, man kann diese sicheren Häfen überhaupt nicht verhindern, dann hätte man auch 2001 nicht reingehen müssen. Also mir ist das irgendwie nicht so richtig logischer. Das sage ich ja nicht. Ich glaube sozusagen, also was wir jetzt sehen, das ist jetzt mal eine Vermutung, das wird natürlich die Zukunft beweisen. Aber das hätte man auch schon 2004 haben können, glaube ich. Die Taliban sind ja nicht dumm. Und den Taliban geht es ja nicht um den internationalen Terrorismus. Denen geht es um Afghanistan. So, die werden ihre Lehren gezogen haben und ansonsten hätten sie auch nicht dem Doha-Dokument zugestimmt, so wie es sozusagen formuliert worden ist. Nämlich die werden ihre Lehren gezogen haben, die wollen die Macht in Afghanistan. Die werden zukünftig auch nicht irgendwelchen Gruppen erlauben, eine Infrastruktur, so wie sie Al-Qaida erlaubt haben, diese Infrastruktur in Afghanistan aufzusetzen, wieder aufzusetzen, weil sie wissen, dass dann sozusagen es zumindestens Surgical Strikes wieder in Afghanistan gibt. Wait, dann ist quasi die Erfolgsmeldung des Afghanistan-Einsatzes, dass die Amerikaner und ihre Verbündeten den Terrorismus aus Afghanistan lokalisiert haben. Also quasi, dass er nicht mehr über Afghanistan hinausgeht, aber in Afghanistan, und da bin ich ja bei dir, sobald die Truppen abziehen, werden wahrscheinlich die Taliban weitestgehend machen, was sie wollen. Also solange sich das quasi in den Grenzen von Afghanistan hält, sagen wir, ja. Naja, das war ja unsere Politik ja auch schon vorher. Also ich meine, die Taliban haben 1994 die Macht übernommen. Wann wurde, ich sag's jetzt mal sehr zynisch, wann wurde Afghanistan sozusagen ein Problem, in dem Moment, in dem sie die Buddha-Statuen da in die Luft gesprengt haben. Vorher hat uns Afghanistan relativ wenig interessiert. Und da sind ungezählte Schiiten zu Tode gekommen. Also da wurde brutals Bürgerkrieg geführt mit großen Opferzahlen. Und ich zitiere mal einen ehemaligen Mitarbeiter im National Security Council unter Clinton, dem mal auf einer Konferenz vorgeworfen wurde, dass die USA mit den Taliban im Prinzip ins Bett gegangen seien. Also das waren vor 9-11. Wo der sagte, nee, nee, wir sind nicht ins Bett mit denen gegangen, aber wir haben sehr stark mit denen geflirtet. Also ich würde ganz einfach zugespitzt sagen, Afghanistan war für uns so lange kein Problem, wie dort sich sozusagen Al-Qaida festgesetzt hat. Und dann sozusagen mit 9-11. Vorher haben wir Afghanistan relativ ignoriert international und haben die Taliban machen lassen, was sie wollten. Wie gesagt, uncool fanden viele, dass sie die Buddha-Statuen in die Luft gesprengt haben. Da wurde dann plötzlich das Taliban-Regime international angeklagt. Und wisst ihr, für wen diese Argumentation doch jetzt eigentlich eines der größten Probleme darstellt? Die Deutschen, die Ursprungsargumentation für Deutschland, ich meine, neben der Tatsache, dass man eben mit Verbündeten, also mit den USA mitgegangen ist und die unterstützt hat, auch NATO-Artikel 5 und sowas, war doch vor allen Dingen auch eine Argumentation zu sagen, wir können nicht zulassen, dass die Taliban in Afghanistan die Frauen unterdrücken, die Menschenrechte nicht einhalten, etc. Man kann auch sagen, für einen politischen Neuanfang in Afghanistan. Ja, und die Argumentation, die würde ja, und da bin ich ja sehr beifrankt zu sagen, also das können wir halt weltweit überhaupt nicht leisten. Also warum dann Afghanistan und nicht die 100 anderen Länder, wo das ein Problem ist? Aber das ist natürlich, weil das haben wir natürlich in keinster Weise erreicht und das wird mit Sicherheit nach Abzug der Truppen noch problematischer. Und da liegt die Trennlinie zwischen diesen beiden Zeiträumen, die Carlo jetzt willkürlich irgendwie auf 2001 bis 2004 2001 war nicht willkürlich. Ja, 2004 ist nicht willkürlich. Ja, also 2001 begann das Ganze. Genau, aber ich würde auch sagen, das Kernproblem und vielleicht eine der Lehren, aber wir wollen ja nach Lehren auch nochmal gezielt fragen, die man daraus ziehen muss. Das Kernproblem also ist, dass Deutschland nie ein klares, erreichbares Ziel dieses Einsatzes definiert hat. Natürlich war am Anfang 2001 mit sozusagen der Beistandsverpflichtung im Rahmen der NATO und der Solidarität mit den USA und der Sicherheitsratmandatierung dieser ganze Einsatz völlig nachvollziehbar, politisch, plausibel, völkerrechtlich gedeckt und so weiter und so fort. Ja, Moment, nee, nee, wir müssen jetzt mal zwei Dinge kurz voneinander trennen, die auch in der Debatte immer durcheinander kommen. Es gab diese Unterstützung der USA, Operation Enduring Freedom, um zu sagen, hier, wir bekämpfen mit euch den Terror. Das war das eine. Der große Einsatz aber, der wurde quasi angetriggert damit, ich zitiere mal Peter Struck im Dezember 2001, die Übergangsregierung unter Ministerpräsident Hamid Karzai bedarf des Schutzes einer internationalen Sicherheitstruppe. Das heißt, unabhängig von der Terrorbekämpfung wurde gesagt, so, wir unterstützen jetzt diesen Neuanfang in Kabul und das ist ausdrücklich keine Terrorbekämpfung. Das Stichwort Nation Building kam irgendwann später. Also, es war ein komplett anderer Ansatz. Ja, aber das ist ja genau der Punkt, auf den ich hinaus will, sozusagen. Das, was dann ISAF war und später Resolute Support, hatte ja eine andere Idee. Die Idee, die insbesondere Deutschland, insbesondere in den Anfangsjahren da herangetragen hat, war, ich spitze zu, Brunnen bohren, Mädchenschulen aufbauen, irgendwie so eine Art, die Bundeswehr als bewaffneter Entwicklungshelfer. Und deswegen hat ja auch die Bundeswehr und auch die deutsche Öffentlichkeit es so kalt erwischt, als wir dann am Ende doch, spätestens gegen Ende der Nullerjahre, beim Kämpfen landeten mit gefallenen Soldatinnen und Soldaten und wir uns Monate und Jahre lang darum gedrückt haben, es Krieg zu nennen. Und das ist das Problem. Wir hatten, das kannst du auch in den Bundestags, in den Parlamentsdebatten um die Mandatierung sehr gut nachvollziehen, wir hatten nie eine klare Vorstellung davon von Anfang an, was Deutschland da macht, sondern das verschob sich über Zeit immer mehr, moving goalposts im Prinzip. Und das Problem ist, diese ganze Vorstellung, Nation Building, du hast den Begriff genannt und dieser vernetzte Ansatz, die Bundeswehr arbeitet mit der Entwicklungszusammenarbeit zusammen und wir betreiben da Wiederaufbau in einem von sozusagen Krieg zerrütteten Land, war eine Projektion von Werten und Ideen auf eine extrem fragmentierte Bürgerkriegsgesellschaft, die da mit A fast nichts anfangen konnte und wo B ja gar keine Strukturen für die Implementierung herrschen. Das heißt, wir hätten da sozusagen alles von Anfang an Das wurde ja versucht. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, das ist mit überschaubaren Mitteln in einem überschaubaren Zeitraum schlichtweg nicht zu leisten. Vor allen Dingen ja nicht mit militärischen Mitteln. Weil ich würde sagen, zugespitzt von dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, ist doch so ein bisschen das Fazit zu sagen, sicherheitspolitische Ziele sind erreichbar mit Militäreinsätzen, entwicklungspolitische aber nicht. Und da trennt sich doch genauso dieses, also nicht, dass das jetzt das krasseste sicherheitspolitische Erfolg war, aber wie wir gerade gesagt haben, es wird jetzt, nehmen wir an, hoffen wir mal, in Afghanistan nicht wieder ein Regime geben, das eben internationale Terrorgruppen unterstützt, beziehungsweise billigt, etc., sondern eben nur noch die, die auf nationaler Ebene, also kein Sicherheitsproblem. Das stimmt in Toto auch nicht so. Warum stimmt das nicht? Naja, weil, also ich glaube sozusagen, der Mittelansatz ist das Entscheidende. Also klar, wir haben immer dieses Militär, kann natürlich keine, sozusagen politischen Lösungen herbeibringen. Und das stimmt ja auch alles. Aber jetzt gehen wir mal zurück nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Letzten Endes, andere Voraussetzungen, aber letzten Endes, der extrem hohe Mittelansatz der Amerikaner, und zwar militärisch, hier in der Bundesrepublik Deutschland und in Japan, hat sozusagen natürlich die Voraussetzungen geschaffen, diese Demokratie aufzubauen. Ja, aber in diesem Äpfel-Birnen-Vergleich liegt doch das Problem. Nein. Du kannst eben nicht Afghanistan mit Japan und Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg Das sage ich doch, aber ich sage sozusagen, dass der Mittelansatz trotzdem ja zu gering war. Das ist doch der entscheidende Punkt. Nee, ja, Moment, Moment. Er hätte ja trotzdem nochmal exorbitant viel höher sein müssen. Also, wir hätten es nicht leisten können. Das ist ja mein Punkt. okay. Wir hätten es nicht leisten können aus finanziellen und aus innenpolitischen Gründen. Man hat ja gesehen, dass in dem Moment, in dem, böses Wort, der Blutzoll hoch wurde, die innenpolitische Unterstützung für diesen Einsatz überall kollabiert ist. Ja, und zwar in einer Anzahl, die ja, wenn du sie vergleichst mit dem Vietnamkrieg, nochmal sehr zynisch gesprochen, ja, lächerlich war. Also, wenn du guckst, wie viele sozusagen Soldaten erstmal im Vietnamkrieg sterben mussten, damit die amerikanische Gesellschaft in großen Teilen sich gegen diesen Einsatz gewendet hat, hast du jetzt eine viel kleinere Anzahl in Afghanistan oder bei den Amerikanern dann auch im Irak, als die Gesellschaft angefangen hat zu sagen, was machen wir denn eigentlich? Also von daher, es wäre nie eine Lösung gewesen und da haben wir aber sozusagen eine überhöhte politische Zielvorstellung, selbst wenn wir mehr Entwicklungshelfer da reingeschickt hätten, die hätten wir nicht schützen können mit den wenigen Soldaten. Dieses Gebiet ist zweimal so groß wie die Bundesrepublik Deutschland. Ja, also ein Riesengebiet. Und schwer zugänglich. Schwer zugänglich und alles mögliche und da hatten wir, wir hatten teilweise in Provinzen, die so groß sind wie zwei Bundesländer, hatten wir 6000 Soldaten zu den Hochzeiten. Die konnten den Auftrag nie erfüllen. Also clear, hold and build. Ja, die konnten clear machen, die konnten nie hold machen, damit die Entwicklungshelfer da reingehen können. Und das war von vornherein komplett unrealistisch. Also ich möchte mal kurz eben zu dem Obstsalat noch was sagen mit den Äpfel und Birnen. Wenn man Carlos Vergleich mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland folgt, da muss man ja auch sehen, dass neben einer starken militärischen Präsenz der USA auch sehr viel andere Dinge auf ziviler Ebene gemacht wurden. So, und da kommen wir unter anderem an einen Punkt, die Absichtserklärung, all diese zivilen Dinge in Afghanistan zu machen, die gab es ja, aber halt die Absichtserklärung. Und sehr schön ist das, ich weiß gar nicht, von wem das Zitat kommt, ich glaube es war ein Italiener, der gesagt hat, man kann locker und einfach 200 Infanteristen nach Afghanistan befehlen, man kann aber nicht 200 Richter nach Afghanistan befehlen, die da helfen, die Justiz aufzubauen. Ja, oder nimm das Stichwort Polizisten und Polizistinnen war ja auch immer so ein riesiges Thema, dass Deutschland die entsenden sollte. Ich glaube wir haben nie die... Ja, aber nur bei uns. Nur bei uns. Ja, nee, nee, ich sage nur, aber auch da haben wir ja glaube ich nie die Zahlen erreicht, die eigentlich irgendwie avisiert haben. Ah, Polizei ist übrigens ein sehr schönes Beispiel. Da möchte ich gerne mal einführen, diese Mission ist ja jetzt zum 30. April beendet worden. Da gab es ja auch immer diese ganz unterschiedlichen, kulturell unterschiedlichen Ansätze. Die Deutschen haben eine Polizeiakademie in Kabul aufgebaut, die haben Kriminalisten geschult und an diese Dinge und aus afghanischer Sicht war die afghanische Polizei eine paramilitärische Organisation, um die Taliban zu bekämpfen. Die sollten nicht den Verkehr regeln und Straftaten aufklären, sondern die sollten in allererster Linie mit dem Maschinengewehr hinten auf dem Pickup irgendwo hinfahren und gegen aufständische vorgehen. Zeigt sich nicht hier so ein gewisses Paradox, nämlich, was man erreichen kann mit Militäreinsätzen. Nicht, dass ich sage, das hat man jetzt in Afghanistan wahnsinnig erfolgreich gemacht. Aber was sich doch hier zeigt ist, was man erreichen kann mit Militäreinsätzen, sind härtere sicherheitspolitische Ziele. Das Problem ist nur, die kann man gerade der deutschen Bevölkerung nicht verkaufen, weswegen man das Argument macht, dass wir hier irgendwie, wie gesagt, Entwicklungspolitik machen, Demokratie aufbauen und Mädchenschuhen bauen, was wir aber mit den eingesetzten Mitteln nicht machen können. Ist das nicht genau das Paradox hier und das Problem für Deutschland insbesondere, für andere europäische Länder auch mehr oder minder, aber ist das nicht so die Problematik? Ich würde die These beschreiten, Rieke. Ich glaube, man kann der deutschen Bevölkerung genau diese, ich sage jetzt mal 2001 Beschrafungsaktion verkaufen. Punkt. Sorry, man hat es der deutschen Bevölkerung nicht zugetraut, dass man es ihnen verkaufen kann. Das ist sehr fair, das stimmt. Das sollten wir nicht so propagieren, dass das nicht geht. Ja, okay, fair. Das heißt, wenn deine These stichhaltig ist, dann unterstützt die Carlos Argument, dass es nach Abschluss dieses, des Umsetzens dieser härteren sicherheitspolitischen Ziele vernünftig gewesen wäre, Afghanistan zu verlassen. Weil, also, Ja, außer du machst das Argument, was ja jetzt auch viele Amerikaner machen, die gegen den Abzug sind, zu sagen, diese Sicherheit, dass sich da eben keine Gruppierungen kreieren, die uns dann doch nochmal wieder angreifen, können wir nur garantieren, indem wir drauf sitzen bleiben. Also, ich weiß schon, was du meinst, aber das funktioniert nur unter der Vorgabe, dass wir sagen, wir glauben, dass die Taliban da jetzt keine international operierenden terroristischen Gruppen mehr irgendwie da lassen werden. Aber ja. Ja. Das ist aber eine gesonderte Frage, auf die wir ja nochmal kommen wollen. Die Frage, ist es richtig oder falsch, jetzt rauszugehen. Jetzt sind wir noch bei der Frage... Deutschland? Wir sind bei der Frage... Deutschland! War der Einsatz erfolgreich? Und ich würde sagen, er war nur... Er war in Summe nicht erfolgreich und bestenfalls in sehr begrenzten Feldern erfolgreich. Ich glaube, korrupte Eliten haben sich da massiv bereichert in den letzten paar Jahren. In der Fläche, glaube ich, sind wenig Verbesserungen für die Zivilgesellschaft entstanden in Afghanistan. Die Sicherheitslage jetzt, heute ist katastrophal schlecht und die Aussichten für bessere Entwicklungen sind sehr, sehr düster. Das muss man einfach sagen und das ist deswegen so bitter, weil es natürlich... Wir wissen ja, wir kennen ja die Bilder von den Frauenfußballmannschaften. Es saßen mal ein Viertel Frauen im Parlament in Afghanistan und so. Also es gab durchaus Etappensiege, kleine Erfolge und so weiter. Ich glaube, die Anzahl der Mädchen, die zur Schule gehen, hat sich mal zeitweilig vervierfacht und so und die Erwartungshaltung, die man realistischerweise haben muss, ist, dass all dies wieder zurück abgebildet wird. Das macht es so bitter, aber diese vielen kleinen Erfolge werden einfach überdeckt oder aufgefressen von einem Gesamtbild, was... Man muss sich auch auf einer anderen Ebene einfach mal damit auseinandersetzen, dass wir uns ja auch nicht mit Ruhm bekleckert haben, die dort sozusagen ein funktionierendes halbdemokratische Staatsgebilde aufbauen wollten, indem wir bei den zweiten Präsidentschaftswahlen, die eindeutig zugunsten von Hamid Karzai gefälscht wurden und wo eigentlich Abdullah Abdullah, der Präsident gewesen wäre, uns einfach entschieden haben, dass wir sozusagen den Wahlfälscher weiterhin als Präsidenten halten. Also, man muss ganz einfach auch sagen, da sind Sachen passiert, die letzten Endes auf uns zurückschlagen, als liberale Demokratien und unser Ansehen international jetzt nicht gerade befördern. Ja. Okay, also ich nehme für die Deutschlandfrage so ein bisschen mit, was wir ja glaube ich alle vier auch predigen, nämlich in diesen sicherheitsverteidigungspolitischen Diskussionen ja ehrlicher zu sein, spezifischer zu sein, sicherheitsverteidigungspolitische Argumente vielleicht zu machen, eher als irgendwie irgendwelche anderen, der Bevölkerung wahrscheinlich auch mehr zuzutrauen, das finde ich einen sehr guten Punkt, dass man nicht immer propagiert diese Idee, man kann der deutschen Bevölkerung ja nicht erzählen, dass dieses und jenes, sondern das eben auch zu machen. Ja, was noch? Tja, ich bin da immer mir noch nicht im Klaren, wenn jetzt im Dezember 2001 die damalige Rot-Grüne, ach Gott, ist ja so lange her, die damalige Rot-Grüne Regierung gesagt hätte so, wir gehen jetzt rein nach Afghanistan, machen die Terroristen weg und dann ist gut. wäre das wirklich so zu verkaufen gewesen? Ja, definitiv, die Stimmung war damals so. Die Stimmung war damals so, dass man einer, ich sag jetzt mal Bestrafungsaktion und Zerstörungsaktion, die hätte die Unterstützung der deutschen Bevölkerung gehabt, die hatte sie auch. Also alle waren geschockt darüber, was da passiert oder die meisten. Was an 9-11 passiert ist, meinst du? genau, was an 9-11 passiert ist, die Unterstützung hätte es gegeben. Die Unterstützung hätte es gegeben. Es waren ja die Deutschen, die dann nachher sozusagen auf dem Petersberg diese umfangreiche Agenda ja noch mal propagiert haben. Aber das war sozusagen ja schon mit Blick auf die Tatsache, dass klar war, dass man da länger drinbleiben wollte, weil man ein anderes politisches Ziel hatte. Ich glaube, dass die... Ja gut, wir müssen auch klar machen, es gab ja zwei Bundestagsabstimmungen. Genau, richtig. Es gab erst die eine, wir unterstützen die Amis im Antiterrorkampf und dann gab es die andere, wir machen diese Aufbau-Mission. Und diese andere... Also es ist ganz bewusst zweigeteilt worden. Diese andere hätte man eigentlich so nie treffen sollen. Man hätte sich auf den Antiterrorkampf konzentrieren sollen, auf die Unterstützung und das war's. Und in dem Moment, in dem der einigermaßen erfolgreich beendet gewesen wäre, hätte man sagen müssen, so und jetzt können wir sozusagen gerne über Diplomatie, über Entwicklungshilfe und alles mögliche reden, aber die Truppen gehen raus. Und schon damals wurde das als zeitlich begrenzt alles charakterisiert. Halbes Jahr, wenn überhaupt. und jetzt, 20 Jahre später, sitzen wir hier. Und das ist das, was ich meine. Es wurde nie klar gemacht, was ist das überprüfbare Ziel und wann überprüfen wir, ob es erreicht ist oder eben nicht und ob es noch erreicht werden kann oder eben nicht und ziehen dann die Reißlein. Da sind wir schon bei Frage 2. Zu Frank nochmal. Wir haben uns 2006 erst angefangen, über Benchmarks zu unterhalten, wie man eigentlich Fortschritte in Afghanistan messen kann. Wundert mich nicht. Ja, 2006. So, vorher haben wir uns darüber keine Gedanken gemacht. Also, alles sehr schlecht. Was ist Frage 2, Thomas? Welche Lehren wir konkret ziehen? Genau. Don't do stupid things anymore. Ich denke an Mali. Ich glaube, dass es viele Parallelen gibt mit Blick auf, dass es völlig unverstanden ist, was eigentlich die kulturellen und geografischen und historischen Gegebenheiten sind, in denen man da operiert. Eines der Probleme war ja auch, dass man die Taliban militärisch schon deswegen nie besiegen konnte, weil sie eben diese Rückzugsgebiete in Pakistan hatten. Und in Mali sehe ich ähnliche Probleme, dass eben diese Linien, die da für uns Grenzen auf einer Karte sind, halt irgendwann mal von den Briten mit dem Lineal gezogen wurden. Aber die Leute, die da ihr Leben führen, einen Scheiß interessieren. Und meine, mein Plädoyer wäre eben klar definierte, sicherheitspolitisch erreichbare, überprüfbare Ziele im Vorfeld formulieren und dann rigoros prüfen, wie es mit der Einhaltung steht und klare Off-Rams bauen. Wann können wir hier auch wieder beenden? Und vor allen Dingen klare Sicherheit. Sonst machen wir das für immer. Also es gibt immer einen Grund zu bleiben. Also jetzt müsste der Begriff, der immer wieder genannt wurde und nie erfüllt wurde, nämlich Exit-Strategie. Ja, genau. Also zu sagen, was ist... Die Exit-Strategie brauche ich schon, wenn ich reingehe. Klar. Das ist das, was ich sage. Die soll ich mir nicht erst anfangen zusammenzubasteln, wenn ich merke, irgendwie läuft das alles nicht so gut. Würde ich alles unterstützen. Ich würde noch dazu sagen, diese klar definierten Ziele sollten ja Sicherheits- und verteidigungspolitische Ziele sein und nicht irgendwelche anderen. Das ist für mich auch so eine Lehre. Frage an dich, Carlo. Wenn die Rieke sowas sagt, wie kommt sowas an? Ich habe das jetzt auch klar gesagt und das ist vielleicht sogar für die einen oder anderen auch überraschend, dass wir sozusagen hier so ein bisschen so eine klare Sicherheitspolitik-Kante versuchen reinzuziehen, weil das Dogma in Berlin ist ja der vernetzte Ansatz, vernetzte Sicherheit, ressortübergreifend und so. Alle arbeiten Hand in Hand und das eine bedingt das andere. Keine Entwicklung ohne Sicherheit, keine Sicherheit ohne Entwicklung und so weiter und so fort. Würdest du das einschätzen, so mit Blick auf deine Kenntnis des Diskussionsstands im politischen Berlin, ist das eher eine Randmeinung, die wir hier vertreten, dass wir sagen, lass uns doch vielleicht militär auf die militärischen Aufgaben begrenzen und uns nicht beim nächsten Mal wieder so überheben? Weil ich denke an all die Schlagworte, die mit Blick auf Mali rumgekickt werden. Sicherheitssektorreform, Entwicklung, Grenzsicherung und ich denke mir, was macht ihr euch da vor, Leute? Das wird nie irgendwie erreichbar sein. Also mein Gefühl ist, dass genau das, was wir hier diskutieren, eigentlich auch die Auffassung ganz vieler in Berlin ist. Dass aber der politische Diskurs seit Jahren sozusagen sich so verselbstständigt hat, dass bei möglichen Missionen, also jetzt nehmen wir mal an Mali, das Ganze wieder hochpoppt und wir wieder sozusagen von umfassenderen Zielen reden, die wir da erreichen müssen. Und liegt das daran, dass man glaubt, man hat das mit der Bevölkerung zu tun oder das damit zu tun, was wir gerade diskutiert haben, nämlich so dieser Idee, man kann der Bevölkerung das nicht verkaufen? Ist das der Punkt? Also wir reden ja gleich über Coalitions of the Willing. Und der Punkt ist, ohne dem Thema jetzt vorzugreifen, aber wenn du dir Mali anguckst, dann hat Mali angefangen als eine französische Operation, in der die Franzosen sozusagen für die Terrorismusbekämpfung andere Staaten brauchten. So, und wir liegen in Mali, glaube ich, in diesem Spannungsverhältnis zwischen, und das ist das gleiche Problem wie in Afghanistan, Solidarität mit unserem wichtigsten Partner in Europa, genauso wie halt Afghanistan Solidarität mit unserem wichtigsten Partner global war. Also man kann jetzt im Prinzip nicht sagen, Leute, nach den Lehren von Afghanistan, das machen wir nicht. Also wir müssen dabei sein, aber wir wollen so dabei sein, dass nicht wieder 52 deutsche Soldatinnen irgendwo fallen. Also machen wir Eukab Mali und Menusma, also ich sag jetzt mal, die Wohlfühlgeschichten, so sind wir dabei. Ausbildung, Training, diese Sachen. Genau, und die Wohlfühlgeschichten sind genau wieder sozusagen dieses Slippery Slope, wo du nicht weißt, wann hast du dann Erfolg, wie entwickeln die sich, wie kannst du die messen, ja, und so weiter und so fort. Also ich sehe, die Parallele sehe ich in diesem Komplex. Eigentlich haben wir keine eigenen Interessen da, aber unser wichtigster europäischer Partner ist da, genauso wie in Afghanistan unser wichtigster globaler Partner da war. Also müssen wir irgendwie dabei sein. Nur der Unterschied ist, in Mali wollen wir jetzt so dabei sein, dass wir nicht so ein zweites Afghanistan im Sinne von Gefallenen erleben. Und genau das machen wir jetzt gerade. Wobei man natürlich darüber reden kann, inwieweit die Unterstützung der Vereinten Nationen dabei auch noch unterspielt. Aber gut, das führt uns jetzt davon weg. Ich habe so ein bisschen Probleme damit zu sagen, okay, militärischer Einsatz für knallharte militärische Ziele, Punkt. Und wenn die erreicht sind, ist Schluss. Warum? Weil ich ja immer noch, ich habe immer noch so ein bisschen, nennt mich naiv. Würden wir nie wagen. Die Vorstellung, doch, natürlich würdet ihr das. Die Vorstellung, dass man sagt, okay, Streitkräfte sind dazu da, bestimmte Dinge mit Gewalt durchzusetzen. Und wenn man Streitkräfte dazu nimmt, mit Gewalt durchzusetzen, dass andere zivile, zivilpolitische Ziele machbar sind, dann hat das doch auch einen Sinn, oder? Ja, aber das ist doch, es spricht ja keiner dagegen, dass sozusagen, nachdem ein hartes militärisches Ziel erreicht worden ist, das dann versucht wird, mit den anderen Mitteln der Politik sozusagen da weiterzuarbeiten. Der Punkt ist nur, bleibst du da als Streitkräfte noch drin stehen und lässt dich verwickeln in irgendwelche Bürgerkriege, die du erfahrungsgemäß nicht gewinnen kannst. Das ist doch die entscheidende Frage. Ich finde auch, es geht ja nicht darum, zu sagen, wir dürfen uns überhaupt keine irgendwie Ziele setzen, oder wir sollen überhaupt nicht versuchen, in den Ländern, in denen wir Militäroperationen machen, auch die Situation für die Zivilisten und andere zu verbessern, um Himmels Willen. Also natürlich gibt es natürlich auch den Ansatz, you break it, you buy it. Also wenn man da reingeht und natürlich eben, ja, wenn du militärische Aktionen machst, dann machst du da eben auch was kaputt, dass du da versuchst, das wieder aufzubauen und all sowas. Das ist nicht der Punkt. Es geht nicht darum, dass du das nicht versuchen sollst. Es geht spezifischer um die genaue Zielsetzung, was ist erreichbar mit Militär, was ist erreichbar mit anderen Mitteln, wie hoch kann man seine Ziele stecken und man darf sich, glaube ich, in diesem zweiten, in diesem entwicklungspolitischen Bereich, ja, nicht so richtig was vormachen, was überhaupt möglich ist und schon gar nicht was möglich ist mit militärischen Zielen. Das ist mehr so meine Denke. Natürlich geht es nicht darum zu sagen, ist uns alles egal, wie es den Leuten da geht und uns geht es irgendwie rein um unsere Interessen. Das ist sicher zu hart. Naja, mir fällt das deswegen auf, wenn ich mir jetzt MINUSMA angucke, die UN-Mission in Mali, wir reden immer nur über die militärische Seite. MINUSMA hat auch einen irren großen zivilen Anteil. Ich weiß nicht, ob der nicht sogar noch größer ist als der militärische Anteil. Der spielt aber auch in der Wahrnehmung gar keine Rolle, sondern wir verengen es auch in der politischen Diskussion in Deutschland immer auf diese militärische Komponente. Ja, Frage, wie erfolgreich ist der zivile Anteil von MINUSMA? Fällt mir schwer einzuschätzen. Ja, und Frage, brauchst du die militärische Flankierung, damit der zivile Anteil arbeiten kann? Das ist ja im Moment die Einschätzung der UN. Es ist ja nicht so, als ob, das ist ja auch noch der Unterschied, es ist ja nicht so, Frankreich ist reingegangen, damals 2013, ja, aber dann hat die UN irgendwann diese Mission gestartet. mit einem deutlich größeren Ansatz als dem rein militärischen. Ich würde, wir können ja über Mali nochmal irgendwie gesondert sprechen. Nee, aber ich will einen generellen Punkt machen, der geht jetzt von Mali weg. Nämlich die Frage ist, sozusagen, wie willst du so eine Art von Demokratie in Ländern aufbauen, in denen es keine Demokraten gibt? kannst du nicht von außen? Kannst du ein bisschen helfen? und damit sind wir sozusagen bei Afghanistan und damit sind wir bei Mali. Ja, es geht nicht. Es geht nicht. Du kannst dauerhaft keine Bürgerkriege, und das Witzige ist ja sozusagen, wenn die Amerikaner von Endless Wars reden, in denen sie drinstecken. Afghanistan ist ein Endless War unter Afghanen seit Jahrzehnten. Wie willst du das befriedigen? Ich hoffe, befrieden. Das kannst du nicht befrieden. Befrieden, ja. Das kannst du nicht befrieden. Das ist das grundlegende Problem. Ja, wenn man zynisch ist, und das will ich jetzt sozusagen nicht als meine Vorstellung da reinschmeißen, aber sozusagen diese Länder haben immer unter sogenannten Strong Men funktioniert. Sehr fragil irgendwann mal, aber unter sogenannten Strong Men. Die können wir nicht da reinbringen, die wollen wir nicht da reinbringen. Das, was wir machen wollen, hat keinerlei Wurzeln in diesen Ländern und ist ein Prozess, den wissen wir selber als Europäer, der mehr als 200 Jahre dauert. Also, wir Europäer haben jetzt funktionierende, stabile Demokratien. Da kämpfen Leute darum seit der französischen Revolution und letzten Endes brauchte es einen zweiten Weltkrieg, in dem Europa komplett am Boden lag, damit diese Systeme nachher einigermaßen stabil sozusagen entstehen konnten. Das sind alles Voraussetzungen und wir glauben sozusagen, dass wir innerhalb von 20 Jahren ein Land, das keine Erfahrung mit Demokratie hat, wo es kaum Demokraten gibt, in so etwas wie ein demokratieähnliches Land verwandeln können. Also, das ist naiv. Nicht du, sondern das ist naiv. Und wir wollen ja nicht nur eine Demokratie, wir wollen ja eine moderne, liberale Demokratie. Also, das ist ja auch nochmal, es geht ja nicht nur mal nur um Demokratie im Sinne von freien Wahlen und so, wir wollen ja auch idealerweise eine Demokratie so nach unseren Werten. Also, wir wollen ja auch nicht, dass dann irgendwie, ja, die Länder, die dafür dann potenziell in Frage stehen, kannst du vermutlich dutzend aufzählen. Und insofern, ich bin da geneigt, Carlo recht zu geben. Ich glaube, wir brauchen da wirklich mal einen Reality-Check. Wir können es alle nicht sehen, aber auf diesem Zen-Caster fliegen hier gerade die Herzchen. Zeigt sich ja die ganze Zeit schon. Ding, 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 Übereinstimmung zwischen Carlo und Frank, rot im Kalender angestrichen. Ich meine, und der Punkt ist vielleicht, damit es auch nicht falsch ankommt, wenn man sagt, vielleicht militärische Instrumente stärker wieder auf militärische Ziele ausrichten, für mich resultiert daraus wenig Einsatz von Militär. Also, ich beuge mich eben auch nicht diesem Drang, in militärischen Lösungen immer alle möglichen, sozusagen Lösungen für die verschiedensten Probleme zu sehen. Ich glaube, wenn wir das wieder ein bisschen zuspitzen und sagen, was ist wirklich militärisch zu bewältigen, werden wir feststellen, wenig von den Dingen, die uns interessieren. Und das Gute daran ist, ist, dass wenn es dann darauf ankommt, militärisch zu operieren, wir das hoffentlich dann auch tun und können. In einer legitimen, rechtlich gerahmten, vernünftigen Art und Weise. Ja. So. Hätte schon vor zehn Jahren stattfinden sollen. Aber heißt das denn jetzt, dass ihr alle drei der Meinung seid, gut, dass der Abzug stattfindet? Der Abzug kommt immer zum falschen Zeitpunkt. Okay. Den Punkt, einen sauberen Abzug begründet zu machen, da stimme ich Carlo zu, das wäre so 2003, 2004 gewesen, zu sagen, militärische Ziele sind erreicht, jetzt ist militärisch nichts mehr zu reißen. Das stimmt. Ich habe natürlich ein bisschen das Problem, so wie man es jetzt macht, wirft man die Afghanen vor den Bus. Nachdem man jahrelang gesagt hat, conditions based, not calendar driven, also die Bedingungen müssen erfüllt sein und wir richten uns nicht nach fixen Daten, war natürlich alles Quatsch. Es passiert genau das. Es werden schöne, am besten auch symbolträchtige Daten ausgeworfen. Genau. Solche Sachen. Ich finde das, by the way, absolut zynisch. Also beide Daten. Ich auch. Ich finde diese Daten ganz schlimm. Ich meine, man hätte auch den 23. Mai nehmen können, Tag der Verkündung des Grundgesetzes. Wäre doch auch ein schönes Datum. Also so 4. Juli finde ich ganz schlimm, aber auch 11. September. Also ich finde auch diese Symbole da drin ist. Also jedenfalls, man wirft sie vor den Bus und raus scheißegal was und die Entscheidung so oder so ist falsch, egal ob man sagt, man bleibt drin oder man geht raus. Das stimmt. Es gibt keine richtige Entscheidung. Das ist unfassbar brutal, weil du natürlich all die wenigen Erfolge, die man erzielen konnte, aufs Spiel setzt damit. Absolut. Dann möchte ich jetzt aber doch mal des Teufels Advokaten spielen, weil ich mich auch gerade sehr viel mit der amerikanischen Diskussion damit auseinandergesetzt habe. Und da gibt es ja einige Stimmen und auch Expertenstimmen, die sagen, Amerika sollte eher drin bleiben. Und es wird vor allen Dingen, das ist auch interessant, es wird eigentlich vor allen Dingen immer nur von Amerika gesprochen und die Verbündeten, die ja auch noch da sind, das ist immer so ein bisschen, läuft unter ferner Liefen. Aber sei es drum. Also das Argument, das gemacht wird und ich gehe da zu einem gewissen Grade mit, ist zu sagen, naja, die Amerikaner haben jetzt, Thomas korrigiere mich, irgendwie sowas zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Tausend Soldaten noch in Afghanistan sitzen. Ja, so ganz genau weiß es keiner. Genau. Jemand schrieb so schön auf, das sind 0,27 Prozent der aktiven Kräfte der USA. Das ist jetzt für eine Supermacht wie die USA nicht eine wahnsinnige Leistung. Das Argument zum Drinbleiben ist quasi zu sagen, das kostet finanziell, aber inzwischen auch personell, also die letzten amerikanischen Kampf, die letzten amerikanischen Soldaten, die im Kampf gefallen sind, ist über ein Jahr her. Das kostet uns, also die Amerikaner. Weil die Taliban nicht angegriffen haben, Also muss man dazu auch sagen. Ja, ja, das kostet uns relativ wenig, bringt uns aber gewisse Dinge, nämlich wir bleiben zumindest im Land und haben eine Einsicht dazu, wie sich das entwickelt. Also so ein Intelligence-Argument. Wir haben mit relativ wenig Aufwand wissen wir ungefähr, was läuft. Während wenn wir abziehen, dann wird das wieder so eine schwarze Box und wir wissen nicht, was passiert. Wir versuchen zumindest so ein paar ganz, ganz geringe Dinge zu sichern, wie eben, also diese Erfolge, die wir gerade aufgezählt haben, auch wenn man das natürlich wirklich nur sehr gering kann. Und wir sitzen eben weiter drauf, um zu garantieren, dass es keine international operierenden terroristischen Gruppen gibt, die sich da wieder konstituieren. Was ich sagen will, ist einfach, ich glaube, die große Sorge ist, wir beziehungsweise die Amerikaner, wir gehen jetzt raus und dann irgendwie drei Jahre später haben wir so einen Fall wie in Irak mit ISIS und es gibt wieder quasi einen Grund reinzugehen. Ist es nicht letztendlich, ich will sagen, irgendwie effizienter, ist jetzt etwas zynisch, quasi direkt sitzen zu bleiben? Beide schütten in den Kopf. Okay. Gemeinsame Front von Frank und Carlo. Warum ist das so? Nimm jemanden dran. Ja, dann, jetzt hast du schon angefangen. Also ich würde sagen, es ist ein Strohmann-Argument, weil es tut ja so, als ob das Afghanistan im Jahr 2021 das Afghanistan vom Jahr 2001 ist. und es tut so, als seien die USA und die US-Streitkräfte und die US-Geheimdienste des Jahres 2021, des Jahres 2001. Will sagen, man sollte doch jetzt nicht naiv sein und denken, wenn die Amerikaner ihre regulären Truppen da abziehen, heißt es ja nicht, dass dieses Land wahrscheinlich weiterhin beschwärmt wird von CIA-Personal, überflogen wird, Tag ein, Tag aus mit Tausenden von Drohnen. Dann ziehen sie halt nicht wirklich ab. Naja, klar ziehen sie nicht wirklich ab, aber das ist deswegen ja auch die symbolischen Daten. Das ist Symbolpolitik. Natürlich sind da weiter Geheimdienstoperationen, natürlich sind da weiter Drohnenoperationen, natürlich ist da weiter Entwicklungszusammenarbeit und natürlich sind da wahrscheinlich Zehntausende von privaten Militärdienstleistern, die da US-Politik umsetzen. Insofern, ich kaufe das nicht, dass das sozusagen in drei Jahren wieder eine Blackbox ist und dann nochmal drei Jahre später springt da quasi der Springteufel raus und wir reiben uns die Augen und denken, oh nein, hat keiner kommen sehen. Aber warum hat das dann im Irak nicht funktioniert? Weil im Irak hatte man ja überspitzt, also ich generalisiere jetzt ein bisschen die Situation, Mann, also die Amerikaner sind abgezogen ein paar Jahre später als ISIS muss es wieder rein. Da hat das ja irgendwie nicht funktioniert. Ja, weil sich keiner drum gekümmert hat. Das ist der Punkt. Also ich meine, ISIS hat man beobachtet und dann haben sie sozusagen ihre Offensiven gestartet und das kam ja vielen gar nicht ungelegen in der irakischen Situation. Dann haben sie festgestellt, ISIS ist ja noch schlimmer sozusagen als Al-Qaida und dann hat man angefangen zu reagieren. Ich will nochmal was zu den Argumenten auch sagen. Also zu dem, was Frank gesagt hat. Also internationale Terrorgruppen. Ich würde ja mal stark annehmen, die Taliban haben ein eigenes Interesse daran, sowas nicht mehr zuzulassen, weil sie wissen, dann kommen die Leute zurück. Afghanistan wird nicht eine Blackbox sein, weil wir alle gesehen haben, was passiert ist. Deswegen wird die Aufmerksamkeit da sein. Dritter Punkt, man kann, sollten die Taliban so dumm sein, was man ja dann doch nicht ausschließen kann und wieder sozusagen irgendwelchen Gruppen Safe Haven geben, man kann die ja auch sozusagen aus benachbarten Regionen bekämpfen. Also du brauchst ja nur sozusagen einen Flugzeugträger irgendwo in der Region mit Cruise Missiles und dann kannst du diese Basen beschießen. Du brauchst eine Basis sozusagen in der Region, dann kannst du Maintenance Bombing betreiben. Also all das geht, ohne dass sozusagen die USA in Afghanistan sein müssen. Und jetzt kommt noch mal was zur Präsenz. Maintenance Bombing sag ich jetzt schon gibt Shitstorm auf Twitter. Und jetzt kommt noch was zur Präsenz Amerikaner. Die Koalition hat wie viel? 10.900 Truppen da gerade stehen. Die haben es in den letzten fünf Jahren nicht verhindert, dass die Taliban mittlerweile geschätzt zwischen 50 und 70 Prozent des Territoriums wieder kontrollierend. Aber nur das Ländliche, nicht die Städte. Ja, schön. Aber sie kontrollieren halt 50 bis 70 Prozent des Territoriums. Ja, ja, schon klar. So, also von daher stellt sich die Frage, was sind diese Koalitionstruppen noch heute noch mehr, übertrieben gesagt, als die Palastwache des afghanischen Präsidenten? Also Riki, ich will nochmal noch einen feineren Punkt draufsetzen. Danke dafür, dass das alles grobe war. Ja, ich will noch ein feiner Punkt. Das ist doch die übliche Arbeitsteilung. Jetzt kommt der intelligente Herr Sauer. Ich sag's anders, einen größeren Punkt. Okay? Du hast sehr viele mittelgroße, wichtige Punkte gemacht. Ich mach jetzt einen großen. Schau was, was du sagst. Große Haufen. Was ich meinte, als ich sagte, ich kaufe dieses Argument nicht, oder ich halte es für ein Strohmann-Argument, dass wir wieder in eine prekäre Sicherheitssituation kommen, wenn jetzt diese roundabout 2.000, 3.000 US-Soldat in den Soldaten heimgehen. Wenn wir nochmal zurückgehen an den Anfang dieser ganzen Geschichte, dann war der Afghanistan-Einsatz eine Reaktion auf die Terroranschläge in den USA am 11. September. Und die Idee war, und da würden ja Carlo und ich auch mitgehen zu sagen, das kannst du so nicht stehen lassen, hier muss man jetzt reagieren und die Reaktion militärischer Natur war eben, Al-Qaida zu bekämpfen, in Afghanistan, wo die Taliban ihnen Unterstupf geboten haben. Und die Logik dahinter war, wenn wir das tun, verhindern wir weitere Angriffe aus diesem sicheren Hafen, diesem Safe Haven. So, und mein Argument ist, das ist das Kernproblem an dem Paradigma des Krieges gegen den Terror. Die Vorstellung, dass wir mit primär militärischen Mitteln Terror bekämpfen und Terroranschläge verhindern können. Wesentliche Teile des Anschlags vom 11. September wurden in Hamburg geplant. Wird ja gerne mal vergessen. Hätte man auch bombardieren können. Gibt es verschiedene Gründe für. Jetzt, aber um auf den Punkt zurückzukommen, sage ich ja die ganze Zeit schon, wenn du das wolltest, müssten wir wahrscheinlich in einem halben Dutzend oder einem Dutzend Ländern permanent militärisch operieren. Die Vorstellung, dass man militärisch mit Truppen verhindert, dass irgendwo in der Fußgängerzone jemand sich in die Luft sprengt in Kastor-Brauxel ist Unsinn. Und das ist, glaube ich, auch eine zentrale Lehre, die wir aus den letzten 20 Jahren ziehen müssen. Die ist saumäßig unbequem, weil es natürlich immer einfach ist zu sagen, wir haben da Soldatinnen und Soldaten hingeschickt. Ja, aber Leute, was bringt es wirklich? Das ist meine Frage. Das, was du halt machen kannst, ist Basen zu zerstören. Punkt. Genau, du kannst Infrastruktur zerstören. Damit machst du es ihnen schwieriger. Exakt. So muss man es sagen. Aber du löst das Problem. Nein, du löst das Problem. Es ist richtig, es schwieriger zu machen, aber du löst das Problem. Terroranschläge muss man sich vorstellen wie eine Verkettung von Schritten und in diese Schritte musst du an möglichst vielen Punkten reingrätschen, damit nicht am Ende der Erfolg aus terroristischer Sicht steht, nämlich, dass der Anschlag gelingt. Und das muss man taktisch an den entsprechenden Stellen da tun, wo es mit militärischen Mitteln geht und man wird feststellen, das ist sehr selten der Fall, dass überhaupt militär das geeignete Instrument ist. Jetzt wüsste ich mal gerne noch kurz, wir haben es ja eigentlich schon angesprochen, was bleibt denn dann jetzt in Afghanistan aus westlicher Sicht? Also, die USA werden in irgendeiner Form sich eine Einflussnahme sichern mit Special Forces, sei es CIA-Leute, sei es Drohnen, sei es sogenannte Over-the-Horizon-Forces, die also irgendwo in den Arabischen Emiraten stationiert sind und innerhalb von drei Stunden eingeflogen werden können und all diese Kleinigkeiten. So, ansonsten, der Drohnenkrieg geht weiter? Vielleicht? Mit Sicherheit, ja. Es bleiben Contractors. Aber bei Contractors ist übrigens, es wird ja immer so unter dem Aspekt gesehen, haha, Soldaten gehen raus, aber es bleiben ja Söldner. Der Special Inspector in den USA, dieser Wiederaufbau-Watchdog, hat neulich in seinem jüngsten Bericht gesagt, hey Leute, seid euch dessen bewusst, wenn die ganzen US-Contractors und die Firmen rausgehen, dann fliegt die afghanische Luftwaffe keine drei Monate mehr. Weil die ganze Wartung der Flugzeuge von denen, die ganze Technik, machen diese amerikanischen Firmen. Das heißt, selbst wenn man nur sagt, die Afghanen müssen selber weiter handlungsfähig bleiben, die afghanischen Streitkräfte, wird es ohne ein Minimum an solchen Spezialisten aus dem Westen nicht geben. Ja, aber die beeinflussen ja nicht die politische Entwicklung in Afghanistan. Nee, aber... Und für den Kampf gegen die Taliban, glaube ich, ist das katastrophale afghanische Heer, wäre wichtiger, als die doch einigermaßen momentan noch gut funktionierende afghanische Luftwaffe. Ja, die muss doch die ganzen Luftangriffe machen. Ja, da gibt es ja nicht so viele, wie wir jetzt vor drei Tagen gesehen haben. Bei der Frühlingsoffensive. Ja. Ja, aber worauf willst du hinaus? Nee, ich will darauf hinaus, dass es nicht so sein wird, alle westlichen Truppen und Contractors gehen raus, Zaun drum, Tür zu, fertig. Das wird aber in dem Moment passieren, in dem die Taliban die Herrschaft bekommen. Die werden die Amerikaner rausschmeißen. Also die Contractors und so weiter. Und wir können nur hoffen, dass sie die NGO-Community drin lassen und zumindest in dem nicht politischen Bereich einsehen, dass sie die Hilfe der NGO-Community brauchen. Zwei Punkte zum Abschluss vielleicht. Das erste, einfach als Hinweis, diese Diskussion, die ja vielleicht gerade Frank und ich gerade hatten darüber, was können denn jetzt eigentlich oder was werden die Amerikaner da eigentlich noch machen, das ist eine, die in den USA jetzt gerade aktuell unglaublich groß ist. Also weil das geht ja weit über Afghanistan hinaus, das geht eben genau um die Frage Ending the Endless Wars, Ending the Global War on Terror und das ist, glaube ich, schon auch eine ziemliche Richtungsentscheidung, wie die USA in den nächsten Jahren und Jahrzehnten so die Welt sehen und regeln oder eben auch nicht regeln werden. Das ist nur so ein Hinweis, dass sich das lohnt zu verfolgen. Und den zweiten Punkt, den ich einfach nur noch mal reingeschmissen haben wollte, ist, bin ich die Einzige, die findet, was die Verbindung zwischen oder das Verhältnis zwischen den USA und den NATO-Verbündeten angeht. Letztendlich, wir hatten bisher unter Trump war die Situation, dass quasi die USA ohne den NATO-Verbündeten irgendwas zu sagen, irgendwie sagt, so, zack, hier geht's lang. Und unter Biden hatten wir doch jetzt letztendlich die Situation, dass Biden und seine Envoys etc. zwar nett vorher bei den NATO-Verbündeten angerufen haben, gesagt haben, by the way, wir machen das. Aber eine Abstimmung ist das doch auch nicht, oder? Zweiter Punkt, zweiter Punkt, absolut richtig. Zum ersten Punkt möchte ich noch mal dazu anmerken, dass interessanterweise die meisten, die jetzt in den USA das Argument führen, dass das ein Fehler sei, genau diejenigen sind, die vor zehn Jahren sozusagen die Endless Wars emphatisch begrüßt haben. Also es ist interessant sozusagen, dass das eine gewisse Klientel ist unter Thinktankern und Ehemaligen, die sehr stark in diese Irak-Afghanistan-Kiste involviert waren und von denen man auch über Jahre den Eindruck haben konnte, die sehen halt die amerikanische militärische Macht als den Schlüssel zur Bearbeitung sämtlicher außenpolitischer Probleme. Also ich würde diese Community nicht zu ernst nehmen, weil sie aus einer bestimmten Ecke kommt und Ecke meine ich jetzt nicht politisch, sondern es sind Republikaner und Demokraten darunter, aber genau, die eine gewisse Denkhaltung sozusagen über die letzten zehn Jahre sehr deutlich zum Ausdruck gebracht haben. Ich packe in die Shownotes einen Link zu einer sechsteiligen Reihe, die im Deutschlandfunk lief zum Thema Afghanistan, in der auch ganz gut deutlich wird, dass dieses Delta zwischen den US-Schreitkräften und den NATO-Verbündeten zum Teil auch bis auf die operative Ebene bestand. Kurz, die Amerikaner haben da zum Teil, ich wage nicht einzuschätzen, wie weit verbreitet das war, aber haben zumindest, das legt dieser Bericht nah, da schlichtweg operiert, wie sie wollten. Und was zum Beispiel irgendwie die Deutschen da im Norden gemacht haben und was sie da für Ziele hatten und so weiter, das war denen eigentlich relativ hupf, weil die sind da rein und rausgegangen, wie sie wollten und hatten ihre eigenen Ziele und ihre Intelligence und haben da Ziele bekämpft und alle möglichen Raids gemacht und so und ob da die Deutschen offiziell zuständig waren, das ging sozusagen den Special Operators da ziemlich am Hintern vorbei. Und Stichwort Shownotes, ich packe auch ein paar Sachen in die Shownotes zu eben dieser großen amerikanischen Debatte zum Thema, sollten wir solche Operationen wie Afghanistan, eben auch Irak etc. überhaupt noch machen, weil ich glaube, das wird uns über die nächsten Jahre durchaus noch begleiten und das hat einen fundamentalen Einfluss dann eben auch auf westliche Sicherheit und Sicherheitspolitik, das nur so als Disclaimer. Dann sage ich noch, dass ich in die Shownotes packe, einen Kommentar heute von Johannes Kler in der Süddeutschen Zeitung. Ach, der Soldat in Afghanistan. Johannes Kler war als Soldat, genau, der hat so eine, ja, ein Buch drüber geschrieben, hat auch eine sehr interessante, knappe Bilanz. Lange Shownotes diesmal, es lohnt sich reinzugucken. Ja. Ich würde sagen, es war noch keine Bilanz, weil ich finde, für eine wirkliche Bilanz ist es immer noch zu früh, aber ein Resümee, kann man das sagen? Zwischenfazit. Zwischenfazit. Gibt es nicht dieses Sprichwort, von wegen, man kann doch nicht richtig sagen, ob die französische Revolution gescheitert ist? Frag mich doch mal, wie es seit 200 Jahren ist. Das war Deng Xiaoping. Das war Deng Xiaoping. Too early to tell. Ach so. Genau, too early to tell. Too early to tell. Da müssen wir also gucken, aber, naja, das muss man ja auch noch dazu sagen, noch sind nicht alle raus. Also, ob alles wirklich sauber läuft, werden wir sehen müssen. Aber das behalten wir im Auge und möglicherweise greifen wir das auch nochmal auf. Unser zweites Thema hängt da eigentlich so ein bisschen mit dran. Wir hatten schon mal, das ist jetzt auch schon wieder bald zwei Jahre her, über Koalitionen der Willigen gesprochen. War da, weiß jemand welche Folge? Muss ich nachgucken. Jedenfalls, unter welchen Bedingungen gehen deutsche Soldaten in einen Einsatz außerhalb des NATO-Gebiets, außerhalb der Verteidigung der NATO, des Bündnisses und des eigenen Landes? Und da gibt es ja dann immer wieder Ansätze. Manche Dinge gehen, manche Dinge gehen nicht und immer wird das Grundgesetz herangezogen. Oder wie ist das? Ja, ich glaube, man muss, also die Debatte hat ja jetzt wieder so ein bisschen an Aktualität gewonnen, weil sie im Zuge des Bundestagswahlkampfes ja von einigen Parteien wieder aufgeworfen wurde und insbesondere von Annalena Baerbock jetzt in den letzten Interviews, die sie gegeben hat, immer wieder sozusagen auf die Frage, unter welchen Bedingungen würden die Grünen, wenn sie denn jetzt an die Macht kommen würden, dem Einsatz deutscher Streitkräfte zustimmen. Ich glaube, man muss definitorisch geht da einiges durcheinander, weil Coalition of the Willing ist in diesem Zusammenhang nicht gleich Coalition of the Willing. Ich würde jetzt mal folgenden Punkt sagen, die meisten Operationen, die militärisch stattfinden, auch mit Mandat, sind Coalition of the Willing. und ich glaube, jetzt leistest du Vorschub der Konfusion, die du selber beklagst, aber okay. Nein, weil sozusagen es gibt ein Mandat und eine Gruppe von Staaten, auch innerhalb der NATO, macht eine militärische Operation. Eine Gruppe von Staaten, auch sozusagen der EU-Mitglieder, macht mit einem Mandat eine militärische Operation. Du meinst nicht, jeder NATO-Einsatz hat 30 Militärs mit dabei, weil zum Beispiel Island war auch kein Militär. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ermächtigt eine Gruppe von Staaten, eine militärische Operation unter Kapitel 7 durchzuführen. Also das heißt sozusagen diese Idee, wenn die NATO was macht, machen alle NATO-Staaten was, wenn die EU was macht, machen alle EU-Staaten was und wenn die UN ein Mandat gibt, machen alle UN-Staaten was. Das ist ja Quatsch. Es gibt ein Mandat und es gibt eine Gruppe von Staaten, die auf der Basis dieses Mandates dann eine militärische Operation macht. Das Interessante ist, dass in den letzten Jahren immer öfters sozusagen sich Gruppen von Staaten zusammenfinden und militärische Maßnahmen überlegen, die kein Mandat haben. Weder von der VN, weder sozusagen von der NATO, noch von der Europäischen Union. Und darum geht jetzt diese Debatte. Dieses Phänomen wird im Weißbuch und in der KDB der Bundeswehr, also Konzeption der Bundeswehr, wird sozusagen erwähnt als ein neues Phänomen, dem gegenüber sich Deutschland verhalten müsste. Und das ist im Prinzip die Debatte, um die sich alles dreht. Wie verhält sich Deutschland, wenn eine Gruppe von Staaten ohne Mandat des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, ohne ein Mandat der NATO, ohne ein Mandat der Europäischen Union, eine militärische Operation durchführen will. Nimmt Deutschland daran teil oder nicht? Und da kommt dann halt sozusagen das gute Grundgesetz ins Spiel, das so interpretiert wurde in der Vergangenheit und auch heute noch wird, dass man sagt, das ist für die Bundesrepublik Deutschland ein No-Go, weil es sozusagen vom Grundgesetz nicht gedeckt wird. Und das Problem, das möglicherweise politisch entstehen könnte, ist ganz einfach, dass genau diese Konfiguration militärischer Einsätze zukünftig zunehmen wird, die Anfrage an Deutschland gerichtet werden wird und die Deutschen sich dazu verhalten müssen und momentan ist sozusagen der offizielle Take in Berlin, das ist ein No-Go. So viel, um den Rahmen abzustecken. Und jetzt nochmal, damit es auf gar keinen Fall durcheinander geht, wenn wir hier von Koalitionen der Willigen sprechen und es steht sogar im Titel dieser Episode, dann meinen wir den zweiten Fall. Kein Mandat von Vereinten Nationen, NATO oder EU. Das ist das, was wir meinen, wenn wir von Koalitionen der Willigen sprechen und das ist eigentlich auch das, was man sinnvollerweise darunter verstehen sollte, wenn man den Begriff Koalitionen der Willigen verwendet. Und das Grundgesetz sagt eben, einsatzbewaffneter Streitkräfte ist eigentlich nur in einem System der kollektiven Sicherheit zulässig und ein System gegenseitiger kollektiver Sicherheit ist dadurch gekennzeichnet, dass es eben ein friedenssicherndes Regelwerk und den Aufbau einer Organisation impliziert, was wechselseitig dazu beiträgt, dass der Frieden gewahrt wird, nach außen und nach innen. Und unter diese Definition fallen wieder der Dreiklang Vereinte Nationen, NATO, EU. Sprich, die Deutschland darf nur militärische Operationen durchführen, die Bundeswehr darf nur in militärische Operationen gehen, wenn es ein Mandat von den Vereinten Nationen, von der NATO oder von der EU gibt, wenn das gemeinsame Operationen sind und es reicht nicht, dass irgendwie mit Resolution des Sicherheitsrats Artikel 5 NATO oder die zwei Artikel 42, 47 und 43 EU. 44. Klammer auf, ehe das Verwirrung, ganz kurz, Klammer auf, gilt nicht für Landesverteidigung und gilt nicht für nationale Rettungsaktionen zum Beispiel von entführten Deutschen. Klammer zu. Jetzt müssen wir nur sagen, weil das vielleicht sozusagen nicht allen Hörerinnen klar ist. Artikel 5 NATO ist die kollektive Selbstverteidigung, Artikel 42 7 EU-Vertrag ist die kollektive Selbstverteidigung, Artikel 44 Der Europäische Rat ermächtigt eine Gruppe von Staaten eine militärische Mission durchzuführen. Gab es bisher noch nicht. Wir wissen auch nicht, wie das Bundesverfassungsgericht darauf reagieren würde. Ich würde mal vermuten, dass das Bundesverfassungsgericht da angerufen werden würde. Aber es ist halt nicht sozusagen wie der 42 7 kollektive Verteidigung. Artikel 43 Absatz 2 EU-Vertrag und Artikel 44 Absatz 1 Aber 42 7 ist schon die Selbstverteidigungsklausel für die Bündnisverteidigungsklausel. Okay. Ja, ja, aber ich habe mir mal den 44 erklärt. Und jetzt? Was ist das Problem? Und jetzt beenden wir die juristische Diskussion. Also es sollten sich jetzt vielleicht alle sozusagen, wir werden sicher auch noch Artikel 87 Grundgesetz und Artikel 24 Grundgesetz erwähnen. Das müssen sich jetzt alle Hörerinnen und Hörer bereitlegen, um das nachzuschlagen. Worum es hier ja natürlich jetzt eigentlich geht und jetzt sag ich euch mal was. Für mich war die Vorbereitung auf dieses Thema hochspannend und überraschend insofern, als dass ich dachte eigentlich, dass der rechtliche Rahmen viel klarer gesteckt ist und viel weniger Spielraum zulässt, als es tatsächlich der Fall ist. Also ich muss ganz oft sagen, viel gelernt, als ich angefangen habe hier zu diesem Thema zu lesen und wir stellen fest und das ist ja das, was wir jetzt hier tun wollen, es bedarf einer politischen Diskussion um die Auslegung des Grundgesetzes und da ist offensichtlich weitgehend unbeachtet der breiteren Öffentlichkeit zur Zeit einiges so am Ja schon länger Am knarzen Also man muss ja das Verrückte ist ja es gibt kein Gesetz das direkt den Auslandseinsatz der Bundeswehr regelt Also der Bundestag hat bewusst unbewusst gewollt nicht gewollt nie ein Gesetz verabschiedet wo drin steht also Bundeswehr eingesetzt erstens Landesverteidigung zweitens Bundesverteidigung und drittens wenn erstens zweitens drittens das ist nie passiert und dadurch kommen wir ja in diese Situation dass es einer Interpretation dieses Grundgesetz Artikels 24 obliegt was ist denn eine systemkollektive Sicherheit und ich frage mal so wiederum ganz simpel dann verstehe ich aber nicht der Einsatz bei Counter Daesh also dieser Anti-ISIS-Einsatz in Jordanien im Irak in Syrien der ist doch auch so eine Koalition der Willigen da ist die Bundeswehr dabei die Spezialkräftemission Takuba der Franzosen im Sahel wo Deutschland seine politische Unterstützung erklärt hat da sind keine deutschen Soldaten dabei weil das geht nicht nach dem Grundgesetz hat mir vor paar Tagen noch der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses gesagt ja das verstehe ich doch nicht ich würde sagen weil es letzten Endes eine politische Frage ist also wenn wir jetzt Counter Daesh nehmen Counter Daesh beruft sich ja auf ich hab's nicht im Kopf auf irgendeine UN-Resolution die nicht Counter Daesh ermächtigt aber sozusagen wo interpretiert wird daraus kann man Counter Daesh ableiten interessanterweise haben das die Amerikaner in ihrem Irak-Einsatz ja auch so gemacht die haben ja so eine alte Irak-Resolution genommen und sagen das ist abgedeckt dass wir jetzt sozusagen in den Irak reingehen so es ist ja nie überprüft worden ob sozusagen diese also vom Bundesverfassungsgericht ob diese UN-Resolution wirklich so interpretiert werden kann dass sie Counter Daesh abdeckt also letzten Endes ist mein Punkt es ist eine politische Entscheidung warum wir bei Counter Daesh teilnehmen und bei Takuba nicht und warum wir höchstwahrscheinlich in Mosambik egal in was für einem Setting wenn das jetzt demnächst passieren sollte auch nicht teilnehmen werden weil es letzten Endes immer eine politische Entscheidung ist ich kann mal versuchen das zu rekonstruieren also Artikel 24 Grundgesetz Absatz 2 sagt der Bund kann sich zur Wahrung des Friedens einem System gegenseitiger kollektiver Sicherheit einordnen so 94 gab es dieses berühmte Out of Area Urteil des Bundesverfassungsgerichts was eben gesagt hat ich habe den Wortlaut jetzt nicht da der Bund ordnet sich nicht nur in dieses System ein sondern das Einordnen in das System impliziert dass man eben auch so die anfallenden Aufgaben in diesem System mit übernimmt das war damals gemünzt auf die Crews in den multinational besetzten AVAX-Flugzeugen weil irgendjemand mal auffiel da sitzen die ganzen Bundeswehrsoldaten drin dürfen wir das eigentlich und jetzt ist das was tust irgendjemand ist total witzig der Punkt war ja folgender das Bundeskabinett hat den Einsatz beschlossen mit der Stimme des Außenministers Kinkel der dann vor die Tür getreten ist sich seinen Parteivorsitzenden Hut angezogen hat und gesagt hat das lassen wir jetzt in Karlsruhe überprüfen das lasse ich mir auch kommentiert sehen auch wenn es mich sehr amüsiert und um den um den Faden vorzuspinnen so wie Carlo das jetzt schildert ist jetzt kollektive Sicherheit bei Counter Dash der Rahmen die UN und da kann man sagen die Entscheidungsgrundlage ist gegeben wenn der Sicherheitsrat entweder ein eindeutig ermächtigendes Mandat ausspricht oder und das ist Carlos Punkt es kann ausreichen wenn wenn man den da so rein interpretieren kann also quasi wenn da so was drin steht wie all necessary measures also alles notwendige tun damit irgendwie das Ziel was in dieser Resolution zum Ausdruck kommt erreicht wird und da ja also das ist ein super Beispiel um zu zeigen wie viel politischen Handlungsspielraum man da hat ich tu mich jetzt aber ein bisschen schwer mit der Aussage das ist letztendlich nur eine politische Entscheidung es ist nicht nur eine politische Entscheidung aber es ist eine rechtlich und politische Entscheidung und sozusagen die Distanz zwischen den beiden ist größer als ich dachte du hast relativ viel Ellbogenfreiheit um da durchzuhören ich will jetzt zum Beispiel das Völkerrechtliche fast nicht aufmachen weil ich mich da nicht auskenne aber findet man auch es glaube ich in den Shownotes es gibt ein Gutachten da geht es um die Straße von Hormuz glaube ich der wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages die sagen naja es gibt auch einen Artikel 25 im Grundgesetz und der heißt Völkergewohnheitsrecht wird ins Verfassungsrecht übertragen so und wenn was Völkergewohnheitsrecht ist oder so interpretiert werden kann dann kann Deutschland Sachen machen die eigentlich sozusagen möglicherweise entgegen Artikel 24 stehen ja also es ist eine unheimliche Interpretationsspielraum der da gegeben ist es ist nicht und das teile ich was Frank sagt es ist nicht so eindeutig wie es oftmals in der politischen Debatte suggeriert wird weil das natürlich einfach ist zu sagen das ist nicht erlaubt weil dann kann man eine Diskussion abbinden genau und darauf will ich nämlich hinaus weil also ich kenne diese Diskussion vor allen Dingen aus dem deutsch-französischen Kontext weil die Franzosen ja eben eher schon mal sagen Koalition der Willigen wir machen jetzt folgendes und dann sagt der deutsche Counterpart jedes Mal sorry wir können nicht mitmachen weil das Gesetz verbietet das und was ihr jetzt quasi sagt oder mindestens du Carlo ist dass das halt sehr dass das eine Interpretation ist ja also das quasi absolut es ist nicht so eindeutig also ich hätte da auch eine Anekdote zu als 2013 Frankreich mit der Operation Saval in Mali reinging kam die Frage an Deutschland könnt ihr uns nicht helfen mit Luftbetankung für unsere Rafale Kampfjets die wir da einsetzen und dann hat Deutschland sich ein bisschen rumgedrückt weil man wollte ja auch nicht sagen ey Franzosen machen wir nicht geht nicht wollen wir nicht sondern hat gewartet bis es eine UN Resolution gab mit der eine Aktion in Mali ermächtigt wurde und die Wartezeit auf die UN Resolution hat man damit überbrückt dass man technisch die Betankung französischer Jets durch deutsche Tankflugzeuge zertifizieren musste komischerweise dauerte diese Zertifizierung genau so lange bis es diese UN Resolution gab und das war dann sehr pragmatisch gelöst letzte Variante wie man es rechtlich rückbinden kann weil wir jetzt doch tatsächlich alle durchgehen also wir haben gesehen Artikel 24 Systeme kollektiver Sicherheit VN EU NATO Carlo hat diesen Punkt gebracht Artikel 25 die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind Bestandteil des Bundesrechts also was die anderen so völkerrechtsgewohnheitsmäßig so etabliert haben machen wir dann auch einfach mit Problem gelöst das ist die Variante 2 und Variante 3 und die ist jetzt auch gerade in der Diskussion gewesen ist Artikel 87a Absatz 1 der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf Punkt und dann könnte man jetzt sagen und das hat mich dann könnte man sagen damit sind wir bei Artikel 51 der Karte der Vereinten Nationen das ist Recht auf individuelle und kollektive genau da also ich bin jetzt kein Jurist aber da muss ich sagen also da steige ich aus ja weil wenn du anfängst nachzulesen und dir das Grundgesetz in Gänze anguckst dieser Artikel steht ja von der Rechtssystematik her an einem ganz anderen Ort da geht es um die Frage wie die Bundeswehr im Inneren einzusetzen ist und den dann zu lesen im Sinne von naja Verteidigung gut in dem gesamten Rest dieses langen Artikels geht es um den Einsatz vom Inneren aber wir definieren jetzt sozusagen Verteidigung als alles was auch nach außen funktioniert obwohl das ja eigentlich an anderen Stellen des Grundgesetzes geregelt ist aber was es zeigt ja also zum Beispiel 87 Ader hat gerade Norbert Röttgen in irgendeinem Zusammenhang relativ prominent auch drauf Bezug genommen hat gesagt ja wieso steht doch drin verteidigen und wir verteidigen uns halt eben ja und da da komme ich dann noch dazu das halte ich für einen politisch hochproblematischen also Weg den zu bestreiten weil wenn wir uns mal angucken dass nach dem Zweiten Weltkrieg nach der Gründung der Vereinten Nationen ja sämtliche militärische Interventionen mit Recht auf individuelle und kollektive Selbstverteidigung gerechtfertigt wurden nach dem Korea Krieg weil es keine andere Möglichkeit gab und damit sozusagen haben wir einen Interpretationsspielraum von Verteidigung und jetzt kommen wir wieder der da hingeht Deutschlands Sicherheit wird am Hinterkurs verteidigt dann wird nämlich Deutschlands Sicherheit egal wo verteidigt und das entleert diesen Verteidigungsbegriff also wenn man das Ding in den Griff bekommen will dann muss man sozusagen ein politisch und rechtliches Argument finden das nicht auf Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen basiert weil wenn alles Verteidigung ist ist nichts Verteidigung perfekt genauso sehe ich das auch ohne das jetzt gerade juristisch bewerten zu können politisch finde ich trifft es den Nagel auf den Kopf und die Tatsache dass das nicht explizit geregelt ist im Grundgesetz liegt natürlich darin also liegt in der historischen Gewachsenheit sozusagen dieses Dokuments und jetzt sitzen wir hier händeringend und versuchen irgendwie Varianten zu finden wie wir es politisch legitim und plausibel ausbuchstabieren können sodass man damit ja eben ich sag mal so nach außen für Sicherheit sicherheitspolitisch und verteidigungspolitisch operieren kann wie es eben der politischen Kultur der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2021 entspricht Lurike schüttelt den Kopf ich hab den Kopf geschüttelt weil es schon wieder Übereinstimmung zwischen Carlo und Frank gab ich dachte irgendwas ist weiter im Wasser too much love nächste Folge wird anders ja absolut wir hatten neulich extra ein Meeting und haben gesagt wir müssen unbedingt wieder mehr Dissens haben und so wir sehen uns viel zu viel ein hat nicht geklappt aber ich bin also also ganz ehrlich ich bin jetzt irgendwie ich komme jetzt verwirrter aus dieser Debatte und dieser Erklärung raus als ich reingegangen bin weil das klingt jetzt für mich halt echt nach wahnsinnig viel politische Gestaltungskraft und was ich wie gesagt in meinem deutsch-französischen Kontext so höre klingt halt dann so ein bisschen also zumindest ein bisschen vorgeschoben dieses sorry wir dürfen nicht weil ja aber das sollte dir Anlass zur Hoffnung geben weil es sozusagen die Frage wann und in welchem Rahmen deutsche Streitkräfte tätig werden mal endlich dahin schiebt wo es hingehört nämlich nach Berlin und nicht nach Karlsruhe ja okay das ist fair und über einen Aspekt haben wir noch gar nicht gesprochen und auf den hat uns ein Patron aufmerksam gemacht richtig Thomas? ja das war der Marco wenn ich das richtig sehe den spielen wir jetzt mal ein das Grundgesetz gibt etwas Spielraum für Auslandseinsätze ist es aber nicht eher der Bevölkerungswille der hier den Takt für weitere Auslandseinsätze vorgeben wird? ja in der Tat der wesentliche Punkt ist was meint nicht nur die Politik sondern wie schätzt die Politik ein was sie der Bevölkerung sagen kann in den 90er Jahren hatten wir doch die interessante Wendung dass es zunächst hieß als es da damals um Bosnien ging deutsche Soldaten können nicht dorthin wo sie früher mal Teil des Problems waren das war ein paar Jahre später kein Thema mehr alles mit dem selben Begriff gerechtfertigt nämlich Verantwortung Verantwortung heißt früher bloß keinen Soldaten irgendwo hinschicken Verantwortung heißt heute das Gegenteil also die rechtlichen Grundlagen hatten sich ja nicht wesentlich geändert oder eigentlich gar nicht geändert gut es gab das Urteil von 1994 des Bundesverfassungsgerichts aber die Grundgesetzbestimmung war die gleiche und alle rechtlichen Rahmenbedingungen waren die gleichen das heißt in der Tat es ist sehr stark davon abhängig was erstens will die Politik und zweitens was hält die Politik für öffentlich vermittelbar und damit wird die Bundestagswahl auch unter dem Aspekt interessant nämlich nach dem Motto die die dann an der Regierung sind wie gehen die damit um gibt es denn überhaupt irgendjemanden von uns vieren der diesen Koalitionen der Willigen so wie wir sie jetzt anfangs definiert haben irgendwie zugeneigt ist das ist der Dissens das ist der Dissens Diskussion und so ist es aber du suchst doch wir haben doch jetzt gerade festgestellt es ist eben nicht eine nur politische Diskussion sondern eine die juristisch grundiert ist und du selber hast vorhin ja aber der Koalition den Verteidigungsbegriff ich will den ja auch nicht mit verteidigen ich sage den sicherheitspolitischen Interessen und die bestehen ja nicht nur in Verteidigung ja aber wir sind ein Rechtsstaat wir können nicht willy nilly rumlaufen und sagen hier drüben ist ein bisschen sicherheitliche Interesse jetzt machen willy nilly wird Artikel 25 werden weil nämlich die Frage ist je öfters es diese Koalitionen der Willigen geben wird desto mehr kann man argumentieren sie sind mittlerweile Völkergewohnheitsrecht und dann kommen sie ins nationale Verfassungsrecht also das glaube ich auch nicht dass das Völkergewohnheitsrecht so bald halt halt vor dem Völkergewohnheitsrecht steht immer noch die UN-Charta mit ihrem grundsätzlichen Gewaltverbot bingo aber das Problem ist das Problem ist und jetzt kommen wir auf das eigentliche Entschuldigung Rieke das Problem ist wenn wir als Bundesrepublik Deutschland das ist mein grundsätzliches politisches Problem die Entscheidung zur Entsendung von Streitkräften einem Gremium übertragen in dem wir nicht vertreten sind ja einem Gremium übertragen dass sich sozusagen seit einiger Zeit auf genau solche Sachen nicht mehr einigen kann du meinst den UN-Sicherheitsrat den UN-Sicherheitsrat dann sind wir blank Punkt aber dieses Koalitionen der Willigen ist doch im deutschen Kontext eine radikale Randmeinung die du nicht wirklich politisch legitim für argumentieren kannst wenn du handlungsfähiger lass mich mal ausreden wenn du handlungsfähiger werden willst als Deutschland und sozusagen an den Entscheidungsprozessen die die Mandiatierung bewirken teilnehmen willst dann gibt es doch logischerweise nur eine Lösung und die heißt EU dann heißt ein handlungsfähigeres Deutschland in einer handlungsfähigeren EU über diese rechtlichen Konstruktionen 42, 43, 44 die wir vorhin besprochen haben ist die Lösung dafür und nicht irgendwie an irgendwelchen Koalitionen teilzunehmen die halt völkerrechtsmäßig hoch Es wird auch Situationen geben in denen sich der europäische Rat nicht auf 44 einigen kann die wird es auch geben Jetzt lass doch Marike was sagen Wir haben doch gerade quasi zwei Fakten dargelegt beziehungsweise es gibt zwei Fakten nämlich Nummer eins wir haben eine Situation in der die ganzen Gremien die wir ja genannt haben die sowas mandatieren können Resolutionen verabschieden etc leider in der Realität oft blockiert sind also Vereine Nationen sowieso das funktioniert ja also die Diskussion fangen wir nicht wieder an aber da gibt es keine Mandate NATO ist problematisch EU ist problematisch das ist Faktum eins und Faktum zwei wir haben doch gerade irgendwie 20 Minuten damit zugebracht zu sagen so eindeutig ist die legale Situation eben nicht als dass das überhaupt nicht ginge sprich das ist sehr wohl eine politische Entscheidung und für mich sind die beiden Fakten zusammen muss ich halt auch sagen natürlich ist die Idee wir wollen eine Resolution der Vereinten Nationen wir wollen gemeinsam mit der NATO wir wollen gemeinsam mit der EU dass das die dass das Plan A bis irgendwie F ist ist absolut richtig aber ich finde halt wenn es sicherheitspolitische Interessen gibt und all diese Gremien können eben nicht leisten was wir von ihnen wollen und wir sagen legal ist es ja auch gar nicht so klar dann stelle ich mich doch jetzt nicht hier hin und sage das dürfen wir niemals und 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 auf keinen Fall das ist doch irgendwie dann denkst du mal zu Ende dann brauchst du das Grundgesetz gar nicht nein das stimmt ja nicht das ist ja Quatsch das stimmt ja nicht also erstens sozusagen und da komme ich jetzt nochmal auf das das Gutachten der wissenschaftlichen Dienste der Interpretationsspielraum den das Grundgesetz liefert ist einfach extrem groß das zweite ist man kommt ja nicht umhin auch zu konstatieren dass zum Beispiel über Weißbuch über Konzeption der Bundeswehr aber jetzt auch in dem neu entstehenden Weißbuch Multilateralismus der Bundesregierung also das federführend beim Auswärtigen Amt liegt die Frage Koalition der Willigen beim Auswärtigen Amt jetzt nicht die militärischen sondern die politischen eine immer größere Rolle einnimmt weil alle Institutionen erkennen that's the new thing in international relations und da muss sich Deutschland irgendwie dazu verhalten und ein kategorisches Ausschließen würde bedeuten dass wir aus ganz ganz vielen Feldern die sozusagen zukünftig die Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmen werden uns einfach rausschießen und damit sage ich nicht dass wir überall dabei sein müssen es gibt politische Gründe bei den einen zu sagen das machen wir nicht und es gibt politische Gründe bei dem anderen zu sagen da überlegen wir uns ob wir das machen ja also es geht nicht um einen Automatismus dass wir immer und überall dabei sein müssen aber es geht um spezifische Konzentrationen wo alles andere nicht möglich ist wir aber ein Interesse daran haben dass da was passiert ja aber Marcos Frage war was denkt die breitere Bevölkerung und deswegen weder sind wir vier Verfassungsjuristinnen und Juristen und ich glaube die breitere Bevölkerung sagt I couldn't care less solange es mir kommunikativ vernünftig verkauft wird nein 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 ja da sind wir quasi die breite Bevölkerung will überhaupt keine Militäreinsätze auch nicht wenn sie UN-Mandatiert sind ehrlich gesagt oder also der breiten Bevölkerung ist doch die die Mandatierung nein aber was ich sagen will der Bevölkerung wenn du jetzt die Bevölkerung auf der Straße fragst nach Militäreinsätzen sagen die doch nicht ja also wenn das VN-Mandatiert ist das okay die wollen in der Regel eigentlich sowieso weniger als mehr was ja gut ist also ja und das ist exakt mein Punkt deswegen ist ist mein Punkt eben hier sozusagen ein in diesem bestehenden rechtlichen und politischen Geflecht ähm ja vorsichtigen umsichtigen nachsichtigen Weg zu gehen um eben hier diesen Handlungsspielraum über Zeit weiterzuentwickeln statt mit der Brechstange zu sagen oh cool wir haben im Grundgesetz irgendwie so ein Tor gefunden wo wir quasi irgendwie wie das Völkergewohnheitsrecht reinstecken können und ab morgen können wir quasi äh machen was wir wollen Hauptsache wir kriegen aber das ist doch jetzt echt langsam vorsichtig weiterentwickeln ist doch genau dasselbe wie letztendlich da kommen wir doch am Ende beim selben raus fragen ja also ich sag doch nicht müssen wir morgen einführen aber langsam vorsichtig weiterentwickeln ich habe explizit gesagt man muss das im Rahmen der Europäischen Union weiterentwickeln ja und was machst du wenn die blockiert ist in dem Sinne ja dann ist sie halt blockiert okay aber was heißt Frage also hypothetisches Szenario ja muss man einfach jetzt kann man nur hypothetisch beantworten wir werden ja dazu noch sozusagen eine eigene eine eigene Sendung machen aber wenn du dir die die Wahlprogramme der meisten Parteien ansiehst dann ist sozusagen die Frage von Menschenrechten ganz entscheidend für die Außenpolitik ja jetzt hast du so eine Ruanda Situation und alles ist blockiert so VN gibt kein Mandat NATO sagen einige Staaten couldn't care a damn shit in der EU genau das gleiche so du hast aber sozusagen ein Genozid der irgendwo passiert was machst du da sagst du sorry kein Mandat lass mal laufen oder sagst du we assemble a coalition und dann versuchen wir das Ding zu stoppen das ist jetzt sind wir natürlich in dieser Schutzverantwortungs Responsibility to Protect Diskussion die ja auch völkergewöhnheitsrechtlich in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen hat wo ich aber auch nicht ganz sicher bin wie weit man sich darauf wirklich einlassen sollte das muss ich ganz ehrlich sagen da müsste ich jetzt nochmal ausführlicher drüber nachdenken in dem Szenario klar würde ich sagen ist Problem don't fight the scenario ich würde natürlich sagen ich würde halt hoffen dass die EU da handlungsfähig ist ja so würde ich es mir ja wünschen wenn du mir sagst sie ist es nicht ja dann ist halt schlecht ich sage nur es ist eine slippery slope das müssen wir uns halt klar machen das werden natürlich auch andere Staaten machen machen sie ja die ganze Zeit also das ist ja der Witz diese Coalition of the Willing sind ja sozusagen sehr oft vorzufinden ja es geht doch nicht darum zu sagen wir wollen oder ich will hier Tür und Tor öffnen zu wir können machen was wir lustig sind aber ich muss sagen ich bin in diese Diskussion reingegangen mit der Überlegung okay es gibt ein Problem das ist eben in diesen Gremien die wir erwähnt haben Blockade Risiken beziehungsweise ganz klare Blockade Fakten gibt und ich dachte ja aber das Problem ist rechtlich gibt es das für Deutschland quasi nicht hier irgendwie außerhalb von diesen von diesen Organisationen oder von diesen Systemen kollektiver Sicherheit zu handeln und deswegen wäre halt mein Ansatz gewesen naja gut dann müssen wir halt vielleicht mal irgendwie gucken ob wir ob wir das neu besprechen irgendwie können jetzt haben wir aber gerade in der legalen Diskussion gesagt naja eigentlich ist rechtlich ist überhaupt nicht so klar sprich also für mich klingt das halt nach wir haben hier ein Problem wie gesagt Idealfall sind wir uns glaube ich alle einig aber wenn wenn es eben eine Blockade gibt und es ganz klar im sicherheitspolitischen Interesse Deutschlands ist irgendwo etwas zu tun ob man jetzt Carlos Szenarios nimmt oder nicht dann finde ich irgendwie zu sagen absolut nicht und ist unmöglich und ich finde das nicht brechstangig also ich meines Erachtens ist das genauso wir versuchen das langsam und irgendwie überlegt uns da dem zu nähern daher aber gut hatten wir mal wieder ein bisschen Dissens naja ich habe ich auch die Hörerinnen und Hörer erst in Sicherheit gesehen auf den letzten Trinkern noch zugeschlagen ich komme noch mal an den Punkt den ich ganz am Anfang gemacht habe wenn der Bundestag sich vielleicht mal doch bereit erklären würde ein Gesetz zu wann darf denn die Bundeswehr wohin zu machen könnte man natürlich überlegen ob man einen Teil dieser Fragen damit auch klärt müsste man das wäre nicht natürlich auch viel toller das wäre ja auch viel besser als zu sagen so wir machen das irgendwie wie wir wollen da scheint es ja parteiübergreifend die Einigkeit zu geben dass man das nicht will also der Sicherheitspot will kann und darf dieses Gesetz irgendjemand muss es machen lass uns mal einen Schnitt machen an der Stelle wenn das so weitergeht wie Carlo vorhergesagt hat dann haben wir das Thema demnächst nämlich wieder auf der Tagesordnung Mosambik reden wir dann auch noch drüber kurze Erläuterung es gab im Norden Mosambiks sehr üble Auseinandersetzungen mit islamistischen Rebellengruppen Angriffen auf eine Stadt im Norden und in der EU wird jetzt erwogen da eine Militärmission einzusetzen und Deutschland hat glaube ich sehr schnell gesagt nee aber wir sind auf jeden Fall nicht dabei jetzt unabhängig von Mandaten wie das ganze wie das rechtlich gestrickt wird Schnitt drunter Rieke trotzdem ein Fazit für die zwei langen Themen genau dann versuche ich ein kurzes Fazit für die langen Themen also wir haben zwei Themen besprochen und zwar Afghanistan zum einen und Koalition der Willigen zum anderen bei Afghanistan ja wir haben gesagt so ein richtiges Fazit kann man nicht zielen es ist too early to tell aber ich hoffe wir haben ein bisschen rausgestellt was so die die Problematiken sind und was man sicherheitspolitisch eben erreichen kann oder eben auch nicht also was man mit Militär erreichen kann oder auch nicht und ja bei der Koalition der Willigen hatten wir dann am Ende dann doch noch einen ziemlichen Dissens also hier ging es erstmal um die Frage in welchem Rahmen darf Deutschland militärische Operationen durchführen das ist auf der einen Seite legal festgesteckt auf der anderen Seite ist Völkerrecht oder auch ja andere Rechte ja doch ein bisschen dehnbarer als es teilweise vielleicht gedacht wurde zumindest auch von mir und ob es eine gute Idee ist Koalition der Willigen durchzuführen ich glaube das können wir jetzt wirklich den Hörern überlassen Plan A ist es sicher nicht die Frage ist ob es manchmal ein Plan B sein könnte und dürfte Dankeschön und schon sind wir beim Sicherheitshinweis Sicherheitshinweis Mein Sicherheitshinweis gilt der Blockade von Jersey also das was wir sozusagen seit gestern erleben zwischen Frankreich und Großbritannien mit der Entsendung von Kriegsschiffen nach Jersey was ich das interessante daran finde ist wir kennen ja alle aus der Theorie des demokratischen Friedens dass Demokratien keine Kriege gegeneinander führen weil es eine Koalition der Willigen ist sie werden extrem aggressiv wenn es um Fischereirechte geht weil Blockade von Jersey drei Kabeljau Kriege zwischen Großbritannien und Island sowie ein Steinbutt Krieg zwischen Spanien und Kanada dem sollte sich die Theorie der internationalen Beziehungen mal annehmen wer hätte gedacht dass diese ganze Fachliteratur nochmal für was gut ist sehr gut ich möchte auf etwas hinweisen von dem einige HörerInnen wohl gehofft hatten dass wir es als Thema aufgreifen es steht mal wieder eine neue Reform der Bundeswehr an das hat in den vergangenen Tagen ein bisschen Wirbel gemacht vor allem im Bereich des Sanitätsdienstes der Bundeswehr worum geht es Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer und Generalinspektor Eberhard Zorn wollen möglichst noch im Mai Eckpunkte für die Bundeswehr der Zukunft vorlegen das ist jetzt der neue Begriff nach Reform Neuausrichtung Transformation und wie das sonst immer alles hieß da geht es darum die Bundeswehr flexibler vor allem einsatzfähiger zu machen und das Problem ist so ein bisschen es ist einiges durchgesickert zu dem was in den Plänen sein könnte das ist vor allem den Sanitätsdienst der bisher eigenständig ist aufgehen zu lassen vor allem im Heer aber auch die sogenannte Streitkräftebasis die unter anderem ja Logistik macht aufgehen zu lassen der Zoff ist da weil Teile der Pläne geleakt wurden vielleicht ja auch mit gutem Grund oder aus bestimmten Absichten es gibt aber noch kein Endprodukt es gibt also noch kein Gesamtkunstwerk aus dem man sehen könnte ja wie macht denn der Generalinspektor der daran ja seit zwei Jahren arbeitet nun diese neue schlankere Struktur wir haben ein Auge drauf der Zoff ist schon da aber bitte seht es uns nach eine Bewertung die ist noch lange nicht möglich und mein Sicherheitshinweis ist heute so ein bisschen wie Tabu spielen wisst ihr so dieses Spiel wo man Begriff erklären muss ohne ihn zu nennen weil Carlo hat verboten dass ich das sage also worum geht es damit ist ja grundsätzlich schon klar um was es geht Mitte dieser Woche kam die Meldung dass 14 europäische Länder darunter auch Deutschland vorgeschlagen haben eine schnelle europäische militärische Eingreifgruppe zu bilden eine Europa Armee hey ich bin noch nicht durch den ersten Absatz Mitte der Woche kam die Meldung dass 14 europäische Länder vorgeschlagen haben eine schnelle europäische militärische Eingreiftruppe zu bilden die in internationalen Krisen frühzeitig eingreifen könnte die Truppe soll wohl 5000 Soldaten stark sein auch von Schiffen und Flugzeugen wird gesprochen diese 14 Länder sind ich nenne sie kurz Österreich Belgien Zypern Tschechische Republik Deutschland Griechenland Frankreich Irland Italien Luxemburg Niederlande Portugal Slowenien und Spanien also wir haben 14 der 27 EU Länder ich zähle das auch deswegen auf Westeuropa sozusagen ich zähle das auch deswegen auf weil darunter auch drei neutrale Länder sind was jetzt nicht unmöglich ist aber zumindest interessant aber ja also soll heißen wir haben nach fast zwei Jahrzehnten nachdem die EU Battlegroups kreiert wurden jetzt wieder einen Vorstoß eine Carlo eine 28. Armee in der EU zu bilden es gibt ehrlich gesagt noch nicht wahnsinnig viele Informationen zu der Idee mir ist ehrlich gesagt in dem Kontext nicht klar wie diese neue Eingreiftruppe wenn es sie denn geben sollte und wie auch immer sie aussehen mag wie diese Truppe jetzt das eigentliche Problem der EU lösen soll nämlich dass man sich halt politisch nicht einig ist wann und wo eine solche Truppe eingesetzt werden soll und da weiß ich nicht was dieser Vorstoß jetzt ändern soll aber gut das war mein Sicherheitshinweis Mein Sicherheitshinweis befasst sich mit dem Nationalen Sicherheitsrat darüber hatten wir auch schon mal gesprochen das ist ein gedachtes Gremium das so nicht existiert eine neue Institution die man womöglich schaffen könnte um die Sicherheitsarchitektur in Deutschland zu verändern und Strategie Bildung und Entwicklung und Durchführung und so ein bisschen zu verbessern und auf dauerhafte Füße zu stellen die Sarah Brockmeier hat einen sehr interessanten Beitrag geschrieben in dem sie das alles erörtert und ich zitiere das wichtigste Argument auf Seiten der Skeptiker mit Blick auf die Einrichtung eines solchen nationalen Sicherheitsrats hat der Politikwissenschaftler Carlo Masala im Podcast Sicherheitshalber so auf den Punkt gebracht Zitat Carlo Masala Institutionen schaffen keine Interessen also wir werden zitiert das gefällt mir gut noch besser gefällt mir dass dann zwei Sätze weiter Sarah Brockmeier schreibt das ist aus drei Gründen zu kurz gedacht also ja ich halte es für eine sehr sehr interessante Diskussion braucht man so etwas wenn ja wie will man es ausgestalten ist es überhaupt möglich das in der bestehenden Struktur zu etablieren ich glaube der Beitrag hier gibt sehr sehr viel gutes ja Gedankenfutter um darüber nachzudecken und zu diskutieren und ja man wird sehen ob so wie Sarah Brockmeier das vermutet diese Diskussion vor der Bundestagswahl uns danach uns nochmal vermehrt beschäftigen wird das war mein Sicherheitshinweis Sicherheitshinweis Tja das war's für heute alles rund um unseren Podcast auch die früheren Folgen findet ihr auf sicherheitspod.de ein besonderer Dank geht auch wieder an unsere Patrons die uns auf Patreon unterstützen wir freuen uns auf eure Fragen und den Austausch danke fürs Zuhören wenn es gefällt empfehlt uns weiter schenkt uns fünf Sterne auf diesen ganzen üblichen Portalen wo ihr uns hört auch gern ein paar nette Zeilen die nächste die 44. Episode nehmen wir auf am 4. Juni 44 am 4. bis dahin bleibt gesund weiterhin gilt Maske auf sicherheitshalber Abstand halten solidarisch bleiben auch die die schon die Impfung hinter sich haben es verabschieden sich Thomas Wiegold auf Twitter at Thomas unterstrich Wiegold Ulrike Franke auf Twitter at Rike Franke Frank Sauer auf Twitter at Dr. Frank Sauer und Carlo Masala auf Twitter at Carlo Masala 1 Tschüss Tschau oh